jo leute was geht zu einem weiteren video von mir und mal wieder ein wall breach wie in meinen letzten drei videos und ja was ist mit mir los fragt ihr euch warum mache ich so viele wall breaches breaches ganz einfach es liegt an der version 1.32 nach dem Valentinstag update sind ganz viele wall breaches wieder aktiv geworden und funktionieren wieder ein paar davon sind noch alt der hier ist jetzt neu und ja heute zeige ich euch mal so ein funny wall breach mit dem ihr einfach in eine autobahn reingehen könnt und euer kopf guckt durch die fahrbahn decke durch das sozusagen autos über euren kopf nur fahren und nur euer kopf auf der straße liegt ist ganz witzig damit könnt ihr eure kumpels tollen ist auf jeden fall ein video wert dachte ich mir und ja ja falls es euch interessiert dann würde ich mich auch über ein like freuen wenn ihr das video teilt aber erstmal zeige ich worum es geht und ja ich denke in den nächsten videos werden mal wieder andere sachen kommen ich suche noch nach geldlitches habe bisher noch keinen gefunden tut mir momentan noch leid in dieser version 1.32 sind alle geldlitches gepatcht worden und ja es ist ziemlich blöd ich weiß aber ja gut ich zeige euch jetzt erstmal auf der karte wo ihr hin müsst ihr müsst euch ganz einfach hier oben hin begeben zu diesem autobahnkreuz ja es geht natürlich hier unten geht es nicht sieht zwar genauso aus das autobahnkreuz aber ihr müsst hier hingehen also hier müsst ihr hingehen oder hinfahren hingehen ein bisschen weit ihr seht das ganz einfach hier geht so ein feldweg oder was das ist so ein alter so ein weg halt so eine schotterstraße geht da runter deswegen ist es ein autobahnkreuz und ja ihr müsst dann einfach hierher gehen an da ist ja diese schotterstraße gegenüber sind die berge und ja orientiert euch einfach daran da ist es auch so ein schotterweg und ihr müsst einfach hier unter die brücke gehen und ihr geht dann einfach mit eurem charakter egal was ihr an habt hier unter die brücke geht geradeaus weiter und ihr seht schon ich gehe in die brücke rein geht dann so und ihr seht schon ich bin mit dem kopf in der brücke drin ist auf jeden fall ein funny moment litsch oder so was weiß ich ist ein video wert dachte ich mir ja ihr könnt auch einfach so unter autos mal gehen oder hier einfach vor den lkw mal dann fährt er einfach über echt drüber ach ich bin oben gespawnt manchmal fällt ihr einfach da noch weiter unter die map und könnt dann darum fliegen das beste an dem glitch ist ihr könnt ihn immer wieder wiederholen und er ist solo ich weiß es nicht ob man auch mit dem motorrad rein kann das habe ich noch nicht ausprobiert aber ich habe hier gerade eins ja leute ach nee doch nicht ihr könnt es ja noch mal versuchen aber ihr kommt auf jeden fall durch mit dem motorrad also wenn ihr euren freund mal verarschen wollt oder so fahrt ihr einfach hier unten in die brücke rein und seid auf einmal oben naja jetzt sind wir wieder oben gespawnt gut mit dem motorrad funktioniert das anscheinend nicht aber wir können ja mal was ausprobieren wenn ihr da mit highspeed vielleicht reinfahrt oder so ui das ist jetzt hier eine kleine speedrampe so fahren wir jetzt einfach mal mit highspeed da hoch und ja dann habt ihr hier sozusagen so eine kleine abkürzung bringt zwar nicht aber ja egal wir gehen da jetzt noch mal zu fuß rein und ja dann wollte ich euch noch mal was sagen vielleicht für die leute die es interessiert manche leute von euch gucken sich ja gerne die gta 5 filme von mir an oder auch wieder nicht gerne ja zumindest gibt es so manche einen gta 5 film in der nächsten zeit der euch vielleicht interessieren wird zum beispiel kommt jetzt auch bald einer raus der handelt um einen überfall wo wo die pacific standard bank überfallen wird vielleicht interessiert er euch vielleicht aber auch nicht ist es eure entscheidung ich würde mich auf jeden fall über ein like freuen ich vielleicht haben noch ein paar leute von euch lust mitzumachen an dem also am nächsten pacific standard am nächsten gta 5 film also ich erzähle jetzt hier gerade ein bisschen quatsch also nicht am nächsten pacific standard am nächsten gta 5 film und ja wenn ja dann meldet euch einfach bei mir mein account playstation account ist youtube also naja youtube genauso wie der youtube name also einfach barracks hd ok also einfach genauso wie auf youtube wie ich auf youtube geschrieben werde barracks und hd alles genau gleich geschrieben ja und falls ihr interesse habt dann sendet mir einfach da eine freundesanfrage wird mich auf jeden fall ja über ein paar freundesanfragen freuen das ist jetzt so ein abonnenten account jetzt aber ich hier aber auch schon viel zu viel in diesem video eigentlich ging es ja nur um den kleinen glitsch und jetzt sind wir hier schon wieder keine ahnung beim kaffee und kuchen gespräch ja also ja leute macht's gut ich wünsche euch noch ein gratis abend also schönen abend oder schönen tag wie auch immer was gerade bei euch ist und ja macht's gut bis zum nächsten mal tschau leute bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020